Dringend. Die deutsche Justiz ist in eine unglaubliche Kontroverse verwickelt. Aber zuerst unterstützen Sie bitte unseren Kanal, indem Sie ihn abonnieren und ein Gefällt mir hinterlassen. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist gerade erst herausgekommen. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland hat eine Aussage gemacht, die alle mit offenem Mund zurücklässt. Sie sagen, dass der berühmte Slogan Jagd gegen AfD-Lehr und Abschiebung kein Verbrechen sei. Genau das haben Sie gehört. Für diejenigen, die es nicht wissen. Dieser Slogan ist eine klare Aufforderung zur Gewalt gegen Mitglieder der AfD. Stellen Sie sich nun die Verwirrung vor. Diese Entscheidung ist ein echter Schlag ins Gesicht der Demokratie. Kennen Sie das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmt? Das ist es, was wir jetzt sehen. Menschen wie Habeck und Baerbock, die immer stolz darauf sind, Demokraten zu sein, stehen unter Schock. Sie glauben nicht, dass ein Gericht in einem demokratischen Land eine solche Entscheidung treffen könnte. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, kamen die Ermittlungen in dieser Angelegenheit überhaupt nicht voran. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass keine ausreichenden Straftaten vorliegen, um den Fall weiter verfolgen zu können. Aber Leute, seien wir ehrlich, das ist so real. Stellen Sie sich vor, es wäre umgekehrt, wenn jemand etwas Ähnliches über die Grüns gesagt hätte. Die Medien hätten einen riesigen Skandal gemacht. Erinnern wir uns tatsächlich an einen aktuellen Fall. Allein wegen eines Plakats, auf dem die Politikerin Ricarda Lang abwertend dargestellt wurde, wurde ein Geschäftsmann vor Gericht gestellt und mit einer Geldstrafe von 6.000 Euro belegt. Dies zeigt, dass die Gerechtigkeit sehr streng sein kann, wenn sie will, aber es scheint, dass dies nicht immer so ist. Die Empörung ist allgemein. Die Abgeordnete Sasia Esken sagte im österreichischen Fernsehen sogar, die AfD sei eine fertige Partei. Aber ist es das wirklich? Es scheint, als ob hinter den Kulissen etwas sehr Seltsames vor sich geht. Und seht, es gibt eine Wendung. Eine Antiverkundgebung in Aachen im Januar, bei der Jugendliche ein Transparent mit dem Slogan »Take down the AF player« zeigten, löste zunächst eine Untersuchung aus. Es schien, als würde die Gerechtigkeit handeln. Doch plötzlich war alles archiviert. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass daran nichts Kriminelles liege. So was? Das ist wirklich absurd. Letztendlich sorgt diese ganze Geschichte für große Aufregung. Die Staatsanwaltschaft macht geltend, dass unter den konkreten Umständen die Meinungsfreiheit überwiege. Ernst? Nun kann also jeder herumlaufen und zu Gewalt aufstacheln. Und das gilt als freie Meinungsäußerung? Leute, die Situation ist kritisch. Wir müssen darüber reden und diese Neuigkeiten teilen. Lasst uns zusammenkommen und darüber diskutieren, was mit unserer Demokratie passiert. Und bleiben Sie gespannt auf die nächsten Videos, um weitere Updates zu erhalten. Zum nächsten!